Oh Mann Und damit herzlich Willkommen zu Let's Play To Come A Trouble in Meinville Wir waren ja vorher in der vorherigen Runde ein Detektiv Ein Detektiv Ähm, okay. Hey! Du! Klau mir nicht meine Sachen hier Ähm, dieses Mal bin ich gespannt, was ich jetzt wieder werde Wir sind hier wieder auf der Meinville Map So Oh, in der Library ist natürlich die Teil Was? Schlägt der mich? Ich will unbedingt das eigene Schwert haben Was will der? Das ist doch locker ein Traitor Den muss ich sofort töten, der schlägt mich sonst tot Ha, Traitor ist noch gemacht. Ja, wer weiß Ob er Slash Traitor oder sowas eingegeben hat Alter, wie der mich verfolgt Das macht mir Angst Den muss ich sofort töten, egal ob ich unschuldig oder Traitor oder Detektiv bin Ach du Scheiße, ey Alter! Ist es nicht einer, der mich erkannt hat? Ich kann einfach nicht töten, wenn du mit mir hinterher gehst Nö Alter Boah Ich bekomme die Krise, ey Ich bekomme die Krise Okay, ich habe es nicht bekommen So, jetzt darf ich den eh töten Da, der andere tötet ihn schon Eigentlich ist jemand in die Luft geflogen, der es bekommen hat Ich bin Traitor Jetzt durfte ich den eh töten, er war unschuldig Ja Trotzdem, der hätte mich wahrscheinlich sowieso getötet So wie der mir hinterher gelaufen ist Achso, bin ich unschuldig? Ja, ich bin auch unschuldig Bin ich unschuldig Ja, wir töten den Ich habe drauf geguckt Wir haben den Detektiv getötet Wie geil ist das denn? Ihr habt den Detektiv getötet Oh, scheiße Wehe, du schreibst jetzt, dass ich ein Traitor bin Wehe Wehe, RossRap Wehe, RossRap Der war doch eh schon mal Traitor, ne? RossRap Äh, ja, wer ist RossRap Scheiße, wie geil ist das? Alter, wie viel Spaß Das macht hier mal so, als Traitor richtig abzuragen Ich hab Ross, RossRap war doch einmal Ähm, komm zum Traitor-Test, geh da mit mir rein Alter, die Scheiße, der haut ab Er darf nicht abhauen, er darf nicht entwischen Er weiß unser dreckiges Geheimnis Ja, schießt mich ab, meine lieben Traitor-Freunde Genau, mach das Boah, ich hab vier Traitor-Points Vier Jetzt kauf ich mir Creeper-Pfeile Und dann Geh ich zum Traitor-Test Haha Ich hab leider kein Eis und Schwert Ähm, wo? Da, da sind Leute Da ist einer Ist das ein Detektiv? Das ist ein Detektiv, das ist ein Detektiv, das ist ein Detektiv, das ist ein... Das ist ein Detektiv, das ist ein... Stirb Detektiv, stirb, 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 ja! Hahaha Mein Gott, wie geil Scheiße, der Spectate Buckt rum Da ist der Traitor-Test Utsch Nein, scheiße Hast du hier grad die... Ja, ja, oh ja Oh, wie geil Ich hab noch ein paar Pfeile Ihr seid zu fünf? Fünf? Ja, wir sind ein paar Wir sind ein paar Ein paar Leute sind wir schon Fisch, das sind klein, ich sterb! Oh mein Gott, alter war das knapp Oh mein Gott War das... wie viele Traitor-Points hab ich noch? Ich hab noch... Woran seh ich das? Ich kauf mir einfach nochmal ein paar Creeper-Pfeile Ah, ich hab noch genug, okay Also, wie sieht's mal aus? Hier drin sind jetzt noch... Fünf wieder... Meine Kollegen verstehen... Nein, jetzt gehen die Creeper hier bei uns noch los, oder was? Kommt, geht's zu euren... Scheiße, wir müssen nur die Creeper reinbekommen! Dann haben wir gewonnen! Ich glaube, auf kurz oder lang gewinnen wir eh... Auf kurz oder lang gewinnen wir, glaub ich, sowieso Ganz im Ernst jetzt Es sind noch vier Leute hier drin Einer hat grad nen halben Creeper abbekommen Scheiße, die Creeper hier, die machen mich wahnsinnig Ja, jetzt... Boah, wie geil! Lol, warum? Ähm, zwei gekillt... Drei Leben noch... Warte, nein, nur einer... Fuck! Scheiße! Tut mir leid... Tut mir leid, Freunde, tut mir leid B... 1... So... Mist, ich hab nicht mehr genug Jetzt müssen wir... Cheater? Wo ist Lex? Alter, können die das nicht einmal offen lassen? Lol, da hat einer ein... Ja, jetzt geht's hier ab So, jetzt geht's hier richtig ab, ey Lass mal hier die Sau raus Ey, tötet mich doch nicht, meine lieben Traitor, Freunde So, killt noch Lachs Lol Ja, gut, äh, da haben wir gewonnen, ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen Also, ich fand die Runde richtig geil Also, das hier ist unser Meisterwerk Schaut euch das mal an Hier, sterbt Lasst uns sterben Juhu Okay, bringt nichts mehr Hehehe Oh Gott Jeremy, das war geil Ja, was Das war geil Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Wäre das tot, ich hatte keine Chance Ich bin noch weggekrankt, aber Nein Mich jetzt herrlich Ja, ich liebe es, Rater zu sein Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.